Ich bin kaum hier, hab schon wieder schwarze Hände. Malte liebe Leute, es geht weiter mit meinem Low-Budget-Projekt. So, es ist jetzt ein Tag später nach dem Getriebe Feststellung, dass die Kupplung nicht passt. Ich habe mir jetzt eine neue Kupplung bestellt. Ja, liegt noch da, ist noch ausgebaut, aber es sind schon Teile gekommen, denn ich fange jetzt an mit dem Service, aber das Video kommt jetzt nach dem Kupplungsvideo. Also ist das beim Kupplungsvideo, wenn es Ende ist, schon mehr gemacht, als was jetzt gemacht ist. Ein bisschen verwirrend, aber ich fange mit dem Service an. Die Teile habe ich geholt und ein bisschen ist was gekommen. Das ist auch ganz wichtig. Ja, zeige ich euch dann. Auf jeden Fall. Das Wichtige ist, ich buche oben die Teile, hier oben am Counter, wie buche ich die? Immer wenn ich sie gerade einbaue. So, also ich weiß jetzt schon was, was ich schon ausgegeben habe. Aber jetzt zum Beispiel steht, obwohl jetzt noch nicht die Kupplung eingebaut ist, aber im vorherigen Video. also deswegen steht jetzt schon die 500, ich habe es mir mal kurz ausgerechnet, 595 und 22 Cent stehen schon mal oben und mal schauen, was ich mit heute anfange. Und im Prinzip, ah, ich schrei schon wieder, äh, ja, kann ich ja schon mal Öl ablassen, den Riemen runter, weil ich wollte ja eigentlich auch den Kettenkästen abdichten und dafür muss der Riemen runter. Und dann schauen wir mal, ich zerleg jetzt einfach mal alles für den Service und ja, das ist heute die Aufgabe. Ich kann ja schon mal Zuchkerzen tauschen und den Faltenbalg, der alte, der ist ja undicht. Ich habe jetzt mal die Teile alle aufgereiht und zum Glück habe ich gerade Urlaub. Da ist ein bisschen was zu tun, der ganze Tisch voller Teile. Ähm, das hier ist Coupé, Coupé-Teile. Das ist ja dann, äh, da will ich ja die Ölwanne noch machen, deswegen hier Coupé und das hier ist für die Limo. wo quasi überall Meile draufsteht. Ähm, ja, heute habe ich vor, ach ne, gehen wir mal die Teile einfach an sich durch. Ähm, falls jemand fragt, warum ich Meile nehme, also ich habe selber nur Gutes von denen gehört, auch, also was E36 betrifft, gerade die HD-Teile. Und ich fahre sie auch in meinem Coupé und bis jetzt ist halt nix mit dem Zeug und es funktioniert und es ist gut. Deswegen nehme ich das, ich vertraue denen. Ähm, ja, mal. Ich weiß auch nicht, ihr könnt ja was anderes nehmen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall zu den Teilen. Hier sind die Zündkerzen, der Ölfilter, Faltenbalg, Kraftstofffilter, Domlager vorne hinten, Koppelstangen, Spurstangen, Koppelstangen hinten und Querlenkersatz. Ähm, Luftfilter und Keilriemen. Einfach, dass dann einfach alles neu ist, gerade die Vorderachse, äh, gerade ja die Vorderachse ist ja bei den E36 extrem scheiße, deswegen kommen da gleich die Heavy-Duty-Teile rein, kommt ja noch ein Sportfahrwerk rein, welches seht ihr ja dann, und dann ist einfach die komplette Achse neu, die Domlager neu, Fahrwerkstechnisch alles neu, servicetechnisch ist dann auch alles gemacht. Ich möchte dann halt eben komplett technisch fertig haben, wenn ich dann fahre, als Daily, weil, was bringt mir ein Daily, der nicht fährt und gut fährt, deswegen erstmal Fahrwerk, technisch muss er tipptopp sein, TÜV, alles gedönst und dann kommt es an die Optik, äh, ja, weil Optik ist ja erstmal Nebensache, wobei ich will schon, dass er ziemlich, ziemlich geil wird und dass jeder sagt, boah, was ist denn das für ein geiles Teil. Und das für 5.000 Euro insgesamt wird schwierig, aber ich versuch's. Weil den Ölwechsel mache ich erst später, wenn dann die Steuerkettendichtung da ist. Fangen wir mal an. Wie gesagt, fangen wir mit dem Luftfilterkasten an, dann machen wir den Faltenbereich und dann machen wir mal die Zündkerzen und dann kann man schon mal den Ölfilter lösen. Ja. Quasi eins nach dem anderen. Ah, geh halt auf, alter. Gut. Ah, da hinten ist noch einer. Ah, zack. Und sich weiß ich nichts servicetechnisch über das Auto, beziehungsweise er wurde mal teilweise checkheft gepflegt bis 100.000 Kilometer und danach hat es der Besitzer selber gemacht. So, deswegen sowieso alles neu machen. Reinkommt bei mir ein K&N Luftfilter. Da ist er für 74,14 Euro. Da werden sich wahrscheinlich wieder einige fragen, warum so einen teuren Luftfilter einer für 10 Euro hättest du auch getan. Ist doch ein Low-Budget-Auto. Aber, es soll ja ein besonderes Low-Budget-Auto sein. Quasi nur das Beste vom Besten. Aber, ich hab ja auch nur was Besonderes mit dem ganzen KFZ vor. Denn, der Motor bekommt von mir eins, zwei kleine Modifikationen, die ich schon immer, immer mal machen wollte. Und, da ist so ein Luftfilter. Na, obwohl, ich würde so ein Filter so oder so überall rein klatschen. Einfach weil, es tut dem Gewissen gut. Also, nicht meckern worum es der Preis passt. Hauptsache ich schaffe mal 5.000 Euro Grenze einzuhalten. So. Finde mich auf jeden Fall wichtig und bringt zwar nichts. Aber es tut irgendwo im Gewissen gut. Ja. Wird vielleicht später ausbringen. Sehen wir dann. Eins weniger. Dann haben wir hier den wunderschönen Faltenbalg, der auch nicht richtig angeschlossen ist. Da hat hier noch Winkel dran, den können wir auch mit rausziehen. Am besten nicht kaputt machen. Das ist jetzt halt, ähm, der neue, von Arctic Germany. Okay. Auf jeden Fall. Wird der es schon tun. Ist wahrscheinlich hier so ein Resonanzkasten mit drin. Jetzt bauen wir mal alles um. Habe ich schon gesagt, was der Faltenbalg überhaupt kostet. Muss ich jetzt selber nachschauen. Muss ich jetzt selber nachschauen. Also der Faltenbalg hat er seit 15,99 Euro gekostet. Also kannst du glaube ich auch nicht meckern. Schauen wir uns mal den alten an. Was der da tungewickelt hat. Braut mich echt nicht wundern, dass der im Leerlauf so kack geglaufen ist. Der ist ja einfach hier. Wenn der TÜV das Auto sieht, ne. Weil dann ist ja das Fahrwerk gemacht. Und das Fahrwerk hat ja abgehend. Und dann ist unten alles frisch. Moderraum alles frisch. Der wird sagen, der sieht das Auto so. Und dann sagt er, ey, Alter. Den TÜV schenke ich dir. Ich hau's. Ja, Traumvorstellung. Das ist halt das doof bei den Achtventilern. Die halt hier hinten drin sind. Und wahrscheinlich auch schon das letzte Mal. Das ist halt ein bisschen doof ran zu kommen. Man merkt auf jeden Fall, die Zündkerzen wurden nicht eingefettet. Beim Reinmachen, da kann's dann problematisch werden. Dann rausmachen. Weil wenn die so festgammeln, dann können die nämlich abbrechen und dann muss der Kopf ab. Oder die sind einfach schon 100 Jahre drin. Schalter fallen überall. Das sind jetzt die alten Kerzen. Ich glaube, weil da BMW drauf steht. Und so wie die ausschauen, sind die schon ein bisschen länger in dem Auto. Aber ich habe ja hier meine wunderschönen Bosch Platinum Zündkerzen für 27,90. Der Unterschied ist, dass der hier vier Nasen hat für die Zündung. Und hier zwei. Das sorgt einfach für einen sauberen Funken. Einen besseren Funken. Und der kann eine saubere Verbrennung gewährleisten. Und wie gesagt, mit dem Motor passiert noch eine Kleinigkeit. Was ich schon immer mehr machen wollte. Deswegen denke ich mal, für später wird die vielleicht nützlich sein. Und 27,90 ist jetzt auch nicht die Welt. Auf jeden Fall. Tun wir mal hier. Die Zündkerzen mal kurz weg. Die brauchen wir nicht mehr. Und dann fetten wir mal die wunderschönen neuen Zündkerzen ein. Dann schmieren wir mal das Gewinde ein. Mit diesem Nickelfett. Reicht wenn es nur ein bisschen ist. Ich sag ein bisschen. Weil dann zieht sich das ins ganze Gewinde rein, wenn man das reindreht. Und dann ist es eh komplett verteilt. Und dann tut man sich auch das nächste Mal leichter, die wieder rauszuschrauben. Wie gesagt, wenn man nicht aufpasst. Bei den Zündkerzen kann es sein, dass sie abbrechen. Und dann muss der Kopf abgebaut werden. Deswegen mit Gefühl mit der Hand festschrauben. Und dann später mit der Ratsche. Niemals mit Luftratsche oder irgendwie sowas. Man merkt aber immer schön, wenn sie drauf rutschen. Kann man auch nichts falsch machen. Was es wecken muss, damit wir einfach schöner arbeiten können. Das ist jetzt halt hier die Lüftungsführung. Und das sind im Prinzip, soweit war es. Nur die zwei Clips und dann kann das ganze Plastik hier weg. Glaub ich. Glaub ich. Glaub ich. Glaub ich. Halt. So ewig viel Platz hier. Das ist krass. Gut, dann kommt nämlich, weil wir haben ja einen neuen Riemen, den tun wir aber später drauf, weil hier der Kettenkasten ja noch abgedichtet wird, weil der komplett an der Seite undicht ist. Aber den Ölfilter kann man ja schon mal lösen. Mir fällt auf, dass ich dafür eine spezielle Nuss brauche, um den Ölfilter wegzumachen, aber ich hoffe, es geht jetzt damit auch. Ja, es geht. Dann haben wir hier drei Dichtungen an dem Ölfilter, die untere und hier oben haben wir zwei. Auf jeden Fall tauschen wir die dann auch aus, dass es auch schön dicht bleibt. Den neuen Filter kann man ja schon mal einsetzen. Was auch immer ganz wichtig ist, wenn man die neuen Dichtungen drauf hat, dass die auch vorher immer, bevor man es reindreht, eingeült sind, dass man nochmal mit dem öligen Finger drüber geht. Weil, wenn man es fest sieht und es ist trocken, kann es sein, dass es wieder kaputt geht, dann hast du trotzdem mal undichte Ölfilter, Gedöns. 25 Newtonmeter, steht sogar drauf. Das heißt, dass für mich rausfinden, was 25 Newtonmeter sind. Aber ich habe das eh ein Gefühl, ich habe alles ein Gefühl. Andere würden sagen, sowas machen frischer, aber mein Drehmoment ist hier. Ich brauche schon Technik und Höhen. Wenn man es hier hat, darf ja auch nichts. Im Prinzip, Ölfilter ist gewechselt, Luftfilter, Faltenbalk, Zymkerzen, Ölfilter, schauen wir mal und das Auto. Ähm, Kraftstofffilter suchen wir natürlich auch. Wer sitzt hier? Okay. Ähm, lassen wir aber erstmal das Öl abbauen. Hier. So, während das hier austropft, machen wir mal den Kraftstofffilter. Das sind eigentlich nur die hier, die zwei Schraubler, dann kann die Abdeckung runter, dann kann man da die Kraftstofffilter wechseln. So, die Dinger haben wir eigentlich auch so wie die Zündkerzen, Intervall von 60.000 Kilometern. Normalerweise hat der Luftfilter auch ein Intervall von 60.000 Kilometern. Ähm, da der K&N ja eh ein wartungsfreier Luftfilter ist, kann man sich merken. Kraftstofffilter und Zündkerzen 60.000 Kilometer. Der hat jetzt hier von Meile 18,99 gekostet. Und ich denke mal, da macht man auch wieder nichts falsch. Aber ich habe jetzt zwar noch nie verbaut. Ich habe bis jetzt nur Fahrwerksteile von Meile verbaut. Aber ich denke mal, schauen wir mal wie das hier funktioniert. So, der tropft gerade aus. Da sehen wir schon die Flussrichtung, da ist immer hier den Pfeil vom Tank aus zum Motor. So bauen wir dann auch den neuen Filter ein, dass der Pfeil vom Tank zum Motor ist. Das war's. Der neue ist drin. Dann lassen wir das Ding hier runter. Machen den Öldeckel zu, damit auch kein Schmutz und Dreck reinkommt. Und dann machen wir morgen das Öl, den Kettenkasten und den Riemen. Und dann ist der fertig vom Service her. Gut. Dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Also, ich würde mal sagen, Pfeil zu. Klappe tot, ne? So oder so ähnlich. Servus Leer. Bis morgen. Bis jetzt! highs